Wunderschönen Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier in L.A. Wir haben jetzt gerade mal einen kleinen Tickchen Zeit und haben uns dazu entschlossen die ganzen Gewinner von euch rauszusuchen. Aber vorerst möchte ich euch zeigen wie geil das hier aussieht. Wir sind hier in einer richtig coolen Wohnung runtergekommen und das ist der Innhof. Zieht immer diesen Innhof rein. Schöne Poolanlage, richtig nice, angenehme Sitzgelegenheiten. Links und rechts alles voll. Schaut euch diesen coolen Pool an. Und wie ihr wahrscheinlich gerade ganz kurz im Anschnitt im Hintergrund gesehen habt, Baby tut so als würde sie trainieren. Ist ja nicht so, ich trainier hier jeden Tag, ja? Jo, sind erst einen Tag hier. Mega geil. Vor allem hier ist Klimaanlage und man hat voll die geile Aussicht. Ich fäng mal vor, so wohnt man. Ich könnte echt so wohnen. Mega geil. Es ist aber so typisch, dieser Ami-Style. Auch unten, wenn man reinkommt zum Beispiel in diese Apartments, ist immer jemand an der Rezeption. Werbegeil. Ja, so ist das. Aber guck mal, wir haben hier alles. Das ist hier kein Pipifatz, das sind hier richtig gute professionelle Geräte. Wir haben hier, vor allen Dingen ist es super sauber. Das ist das, wow. Alter, schön kalter Aircondition-Strahl. Hier wird heute Abend noch wie immer noch eine kleine Session stattfinden. Oh, guck mal, nice, ein paar Gewick's Belly. Magst du das einmal demonstrieren, wie das geht? Und zwar geht man mit raus. Aha. So funktioniert das also. Ja. Okay. Interessant. Wie sagt ihr das? Ähm, ich glaube, wir machen mal kurz eine Pause. Wir müssen hier ein bisschen Werbung einschalten. Gleich wieder da. Das ist womöglich der allerbeste Platz, um unsere vier heutigen Gewinner zu krönen. Warte, kann ich mich hier überhaupt noch hinsetzen? Komm, wir sehen. So. Scheiße. Komm, hier kann der Sitz vielleicht jetzt auch. Liebe Freunde, es ist schon eine halbe Ewigkeit her, wir wissen es. Aber es kam so viel dazwischen und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir heute in geballter Intensität für euch alle Gewinner auf einmal. Hört genau zu, denn jetzt könnt ihr absahnen. Worum ging's nochmal? Was können wir heute gewinnen? Wir haben vier Gewinner für euch. Einmal der Gewinner für das Puma-Trikot. Dann einmal für die Puma-Schuhe aus dem letzten Jocheng. Dann haben wir die Gewinner der geilen Lederjacken, die wir selbst bemalt haben. Plus den Gewinner für die Game-of-Road-Sachen. Wir müssen erstmal anmerken, großen lieben Dank, die Aufmerksamkeit war ja heftig. Wie viele Leute haben da mitgewirkt? Allein bei den Puma-Schuhen war das? Allein bei den Puma-Schuhen? Ja, ich glaub über 3600 Kommentare. Mega! Und dein an der Waffel, eh? Waschstall aus, die Leute wollen gewinnen. Ja, das sagt er nur, dass sie haben wollen. Ja, wir haben alles am Start für euch und jetzt geht es endlich an euch raus. Beginnen wir mit Nr. 1. Du sagtest gerade schön das Puma-Shirt, aber es ist natürlich das Borussia Dortmund-Shirt. Genau, das stimmt. Aber weil es von der Marke Puma ist, genau, das Schwarz-Gelbe, das haben wir ja auch. Ganz Team Cheng, also der liebe Chingling, ich und Jared. Helikopter in Anflug, er bringt das Borussia Dortmund schön für euch. Wir haben hier ein paar coole Reime rausgesucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass DT das Trikot gewinnen sollte. Er hat einen ziemlich coolen Reim zusammengeschrieben. Es war nämlich quasi eine Spielzusammenfassung des Endspiels gegen Frankfurt. Also ich finde den Reim, Schatz, musst du jetzt richtig schön vortragen. Also mit Leidenschaft, mit Herz. DT schreibt, Spielzusammenfassung für den BVB. Achte Minute, das 1-0 von Dembélé. Er hat den Ball bekommen und direkt die Lücke gesehen. Mit dem Motto Frankfurter ihr könnt nach Hause gehen. Das 1-1 zur Halbzeit muss man einfach mal hinnehmen. Doch der BVB bleibt cool, denn es muss weitergehen. In der zweiten Hälfte, was ist da denn? Irgendwer fehlt. Es ist Marco Reus. Wie konnte man den übersehen? Aber was ist eigentlich los? Was ist mit ihm geschehen? Er sitzt auf der Bank. Sein rechtes Bein tut weh. Dann ein faul im Strafraum. Der Schiri hat's gesehen. Da auf der Elfmeter eine Torchance für den BVB. Und die erneute Führung durch das Tor von Aubame. Ey, das war gut. Er heißt ja Aubameyang. Tricky. Aber der Sieg ist noch nicht sicher. Wie der deutsche Winterschnee. Doch Dortmund gewinnt den Pokal vom DFB. Damit können sie nur irgendwo nach Hause gehen. Achja, das Trikot in Schwarz-Gelb wäre auch richtig nett. Es wäre als Geschenk gedacht für meinen Dad. Richtig gut. Applaus. Ja, Respekt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ihm gratulieren sollen oder seinem Vater. Denn dein Vater bekommt dieses Trikot von uns zugeschickt. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Bitte schick uns privat auf YouTube eine Nachricht, dass du das gecheckt erhalten hast. Schick uns deine Anschrift und wir schicken dir direkt das Dortmund Trikot zu. Genau. Am besten über YouTube Nachrichten schicken. Kommen wir zum nächsten Gewinner. Der nächste Gewinner ist für die Puma-Schuhe. Übrigens, das haben so viele Leute reingeschrieben, dass sie Adidas oder Neck-Schuhe haben wollen. Ja gut. Ihr habt es halt leider nicht gecheckt, aber es ging nur um die einzig wahren Puma. Und deswegen haben wir einen von den Pumas ausgesucht. Einer aus der Puma-Gang, aus der Puma-Family. Wer ist es? Auf jeden Fall über 3500 Kommentare. Und ich würde sagen, ich mache jetzt den hier Schatz und du suchst einfach raus. Habe ich einen getroffen? Ja. Es ist Marvin Marx. Marvin Marx. Yocheng. Zugi-Netfit-Sneaker. 45 in schwarz-orange. Hä? Welche? Eigentlich die gleichen, die du hast. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie gerade an. Was ist das für ein Zufall? Auch 45, selbe Größe. Digga, Marxi-Marx, Alter. Guck. Willst du vielleicht deine abgeben und dann die neuen für dich feiten? Ähm, off to the pool. Goodbye. Auf jeden Fall hat er noch weiter geschrieben. Liebe dich. Hashtag nohomo. Und deine Videos sind immer lustig und dein Humor ist einfach der Beste. Top. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Der nächste Gewinner ist für die Lederjacken. Oh, jetzt wird's deep. Also eigentlich gibt es ja fünf Gewinner. Wieso? Weil Lederjacken verlosen wir ja beide. Für mich war noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob du deine jetzt verlosen wolltest, weil du so sehr in sie verliebt warst. Ja, ich weiß. Aber haust du sie trotzdem raus? Ja, ich hau sie trotzdem raus. Liebe Freunde, hier live und in Farbe. Sabibo geht über Grenzen. Die zieht richtig durch. Das ist alles egal. Lederjacki für euch. Es waren so, so viele tolle Kommentare. Allein schon aus diesem Grund könnte ich sie gar nicht für mich behalten. Weil ich denke mir einfach, dann kann ich ja für mich selber nochmal eine kaufen und die bemalen. Aber die Fans fanden die halt so toll. Ja, ich finde das vollkommen anständig. Und übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, bevor wir den weiteren Gewinner zeigen, schau mal, was wir hier Geiles gemacht haben. Das passt jetzt gerade zu den Lederjacken. Oh ja, warte, wo ist meins hier? Der Seite. Wir haben uns Partner New Era Caps zusammengestellen lassen. Natürlich LA, Los Angeles. Und hier steht Stay Positive. Willst du damit auch sagen, dass du ein positiver Mensch bist? Ich glaube schon. Wir haben richtig, richtig viele Kommentare. Und wieder mal seid ihr komplett durchgedreht. Ey, was ist mit diesen Haaren? Ich muss wieder zu Bora Bora, bitte. Wenn du das siehst, mach rein Termin frei. Ich sehe wieder aus wie ein Scharf. Wie ein scharwarzes Scharf. So, nach zwei Sekündiger Diskussionsrunde haben wir uns nun entschieden. Ja, das war so schwer, weil ihr so, so süße Kommentare geschrieben habt. Das ist aber natürlich schwierig. Das Problem ist, wenn gerade bei 3500 noch was Kommentaren da eine Person rauszusuchen, ist immer schwierig. Am liebsten würden wir euch allen selbstbemalte Lederjacken schenken, aber dann würden wir 48 Jahre daran sitzen, sie zu bemalten. Und wir hatten zum Schluss wirklich das Prinzip Ene Mine Mu, weil einfach so viele Kommentare einfach so süß waren. Und nach dem Ene Mine Mu Verfahren hat gewonnen bei mir Angela Schwenken, die geschrieben hat, hey ihr zwei, ich hatte super gerne Sabis Jacke, weil die einfach mega mein Style ist. Und ich die Sachen, die draufstehen, einfach sehr wichtig und bedeutend finde. Ich liebe diesen leichten Hippie Style, den die Jacke hat. Würde mich super darüber freuen. Liebe, Grüße, Emoji. Der leichte Hippie Style, dann passt der zu dir. Ja. Der kleiner Hippie. So, was haben wir denn hier auf der anderen Seite? Die Männerjacke, also meine kreativ gestaltete Jacke gewonnen hat. Awenessa, ist ja auch ein geiler Name. Awenessa Taralom. Schrieben Hallo Sabibo, Hallo Cheng. Ich hätte die Jacke von Cheng sehr gerne, da ich diese echt schön finde. Dein Charakter scheint total korrekt zu sein und da hast du vollkommen recht. Ich kann es überzeugen. Und wie du über Dinge denkst und sie auch angehst, schätze ich sehr an dir. Ich behaupte, wir haben sehr viele ähnliche Gedankenwege und Ziele. Wenn ich deine Jacke bekomme, bekommt sie einen Ehrenplatz an meiner Wand. Auf deinem Lebensweg wünsche ich dir nur das Beste. Viel Liebe, Glück, Zufriedenheit und Erfolg. Alles Liebe, Julia. Ich würde sagen, das passt ja voll zu deinem Geburtstag. Lieben Dank, sie sagt Julia, aber ihr Kanal heißt Awenessa Taralom. Liebe Julia, viel Spaß mit der Jacke. Such dir einen großen Platz an der Wand, denn Jacke ist ein kleines Zett. Wir haben noch einen Gewinner und zwar der Gewinner für die Game of Thrones Sachen. Wenn dieses Video online ist, ist ja die erste Staffel schon fast durch. Wir haben noch nichts gesehen. Ist ja nicht so. Habt ihr schon angefangen zu gucken? Wir sitzen hier noch in L.A. am Pool, genießen, aber haben noch nicht angefangen zu schauen. Ich höre ganz lieblich, wenn ich drüber nachdenke. Aber wir wissen, wenn wir zurückkommen, ist das erste was wir machen, Game of Thrones Sachen. Beziehungsweise den Off-Schalter drücken bei unserem Leben. So, jetzt trage ich vielleicht das Gedicht vor. Alles klar. So, der Gewinner ist Freddy. Freddy. Ganz geil geschrieben, weil das ist Fred und danach D. So, Game of Thrones von 1 bis 7 muss man einfach grundlos lieben. Dämonen, Drachen, Schnee und Hitze drückt dich richtig in die Sitze. Der Winter naht, das ist echt hart. Jetzt ist er da. Wie wunderbar. Für alle aus den Königslanden, die noch nicht das Messer fanden. Sucht ein Schwert und starkt schnell zu, sonst seid ihr Eis und Staub im Nun. Der dreiäugige Rabe hilft dabei, dass ihr überlebt die Sauerei. Halesi und die Unbefleckten kommen bestimmt und helfen John in seiner Armee geschwind. Jetzt brauche ich ein Wort wie Odulis, denn jeder muss sterben, weil er Mogul ist. Odulis. Liebe Grüße Freddy. Freddy, richtig, richtig geiler Reim, muss ich sagen. Gefühlt für die Leute, die keine Ahnung von Game of Thrones haben, denen wird jetzt alles gespoilert. Ist ja nicht so. Ich war viel Spaß mit dem Game of Thrones Monopoly, Alter. Hab ich auch richtig Bock das mal zu zocken. Gut, wir werden jetzt erstmal weiterhin hier in unserem L.A. Apartment chillen. Bei 40 Grad Pulski. Und dann heute Abend hier auch da trainieren. Ich weiß ja nicht, was mit dir ist, aber ich bin heute Abend da. Ich auch. Ich muss meine Yogurettis weg trainieren. Welche? Ich hab hier Yogurettis, welche die ganze Zeit gedisst. Ist ja nicht so. Ist ja so. Ist ja nicht so. Ja von dir Baby. Ist ja nicht so. Also bis dann ihr Lieben. Tschau... Tschau... . ieren. Es genau wir haben. bis dann.